Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Mod-Verstellung hier auf Kornhav. Wir schauen uns jetzt die Shop-Erweiterung an oder das Shop-Erweiterung-Skript Version 1.0. Das Ganze kommt von Vertex Floyd. Gibt es neben PC noch für den Mac, also PC slash Mac. Logisch, weil Skript einmal aktivieren und ihr habt in euren Save-Game drin. Nun, was macht das Shop-Erweiterungsskript? Nun, wir haben dank diesem Skript jetzt die Möglichkeit im Shop mehrere neue Funktionen auszutesten. Was für viele von euch sicherlich eine interessante Sache ist. Zum einen können wir jetzt in die Innenansicht der Fahrzeuge gehen und wir können uns vorher den Motorsound anhören. Ich habe jetzt einfach mal hier als Beispiel den Class Xerion genommen, der aus dem Standard-Spiel ist. Der hat jetzt Motor-Config-Technisch gesehen, also außer von der Leistung her gesehen logischerweise, aber vom Sound her gesehen keine Veränderungen. Aber wenn wir jetzt einmal hier unten, ihr seht, die Taste X drücken. Dann hört ihr, läuft jetzt der Motor. Es wird auch, ne, Musik ist lauter. Zack, der geht dann automatisch auch wieder aus. Dann geht das Ganze auch wieder so in diesen In-Sound rein, nenne ich es jetzt einfach mal. Und somit können wir da vorher Probe hören, sollten wir einen Mod haben, der mehrere Motor-Sound-Konflicks hat. Und das schon mal durchhören, was denn für uns sinnvoll ist. Das nächste sinnvolle Feature hier ist über die Taste C, denn da können wir jetzt den Innenbereich mit ansehen. Ist gerade bei Mods besonders interessant, die viel im Innenbereich arbeiten, also sprich die viele Config-Blöcke im Innenbereich mit dazu haben, denn so können wir uns das Ganze genauer anschauen. Und ihr seht, ich kann auch hier mit der Maus mich drinnen umschauen, ne. Also das ist nicht nur irgendwelche Spielereien, sondern das funktioniert in dem Fall auch wirklich. Ich kann genauso hier im Innenbereich auch wieder um den Motor starten, haben dann aber trotzdem den Outdoor-Sound, ne. Das ist halt so standardgemäß halt mit angelegt. Aber ihr seht, selbst wenn ich jetzt hier am Design was verändere, tut sich das Ganze im Außenbereich ebenso hier mit auf. Also das funktioniert soweit alles, ne. Und somit könnt ihr jetzt auch im Shop hier drin das Ganze konfigurieren. Das funktioniert im Übrigen mit allen Mods, ne. Also nicht nur mit Standardfahrzeugen, sondern dementsprechend auch mit externen Fahrzeugen, also sprich mit externen Mods. Egal, ob das ein LKW ist, egal, ob das ein Traktor ist und so weiter und so weiter. Natürlich bei Anbaugeräten und Kurve, wo es den Innenbereich gibt, dann da geht es natürlich nicht, selbstverständlich, ne. Aber der Rest, wie ihr seht, funktioniert hier ohne irgendwelche Probleme. Und selbst bei solchen Geschichten hier, ne, können wir das Ganze dementsprechend aktivieren. Und auch hier können wir den Motor aktivieren. Also auch das alles in dem Falle kein Problem. Und das ist doch mal eine Sache, wo man sagen kann, ja, das hat eigentlich noch gefehlt. Schön, dass es jetzt dementsprechend mit dabei ist, ne. Ich kann hier die Kabine in dem Falle ändern. Und ihr seht, zack, da wird das Ding hier hinten dran gebaut. Na, und da lübt der ganze Hase. Also wirklich, geniale Idee. Schöne Sache, schöne Sache. Also, ich denke mal, da kann der ein oder andere damit etwas anfangen. Joa, Lok ist sauber, wie ihr seht. Und mehr gibt es in dem Fall auch nicht zu sagen. Soll im Singleplayer, also jedem Singleplayer, wie ihr uns schon erkennen könnt, soll im Multiplayer gehen, steht dem jeden Fall nicht explizit was dagegen da. Nun, Download-Link inklusive Bewertung ist wie immer in der Videobeschreibung verlinkt. Ich danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder, wenn ihr mögt. Lasst ein Däumchen, ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Und bis dann, haut der Renne. Tschüssigowski. Tschüss, tschüss.